Klopfmeditation zum Stress abbauen Schreib dir zuerst einmal auf, was dich stresst. Das Thema schaust du dann von 0 bis 10, wie hoch der Stress im Moment ist. Dann schreibst du dir nachher auf, wo in deinem Körper, dass du spürst, dass du Stress hast. Es ist eine Ruhe im Bauch, es ist ein Druck auf der Brust, einfach wo in deinem Körper ist es. Und dann schreibst du dann auf, von 0 bis 10, wie hoch das ist. Und dann schaust du, welche Emotionen kann man trenzieren, wenn du an den Stress denkst. Auch das bewertest du von 0 bis 10, wie hoch das im Moment ist. Und dann lest du der Zettel auf die Seite. Und wir fangen gleich mal an mit drei tiefen Atemzügen. Richtig voll und tiefe Atemzüge. Sehr gut. Und dann gehen wir direkt zu den Augenbrauen. Ich habe den Stress. Die Seite vom Auge. Das Thema stresst mich so. Unter dem Auge. Ich kann nichts machen, ich muss immer daran denken. Unter der Nase. Es stresst mich so, wenn ich daran denke. Unter dem Mund. All der Stress in meinem Körper. Schlüsselwut. Der Stress, wenn ich da an das Thema denke. Unter dem Arm. Der Stress in meinem Körper. Und in der Brust. All der Stress, wenn ich das Thema denke. Auf den Kopf. All der Stress. Und den Stift durchschneiden. Augenbrauen. Der Stress in meinem Körper. Die Seite vom Auge. Der Druck in meiner Brust. Unter dem Auge. Der Stress und die Spannung in meinem Buch. Unter der Nase. All die Stresssymptome in meinem Körper. Unter dem Mund. Ich reagiere so mit meinem Körper auf den Stress. Schlüsselwut. All die Spannungen in meinem Körper. Unter dem Arm. All der Druck in meinem Körper. All der Druck in meinem Körper. Unter der Brust. All die Stresssymptome. Auf dem Kopf. All die Spannung in meinem Körper. Ich fühle mich auch mächtig. Und unter dem Mund. Ich fühle mich hilflos. Unter der Nase. Ich kann nichts machen, um das zu verändern. Unter dem Mund. Ich fühle mich ein bisschen als Opfer. Schlüssel zu tun, ich kann nichts verändern, unter dem Arm, ich fühle mich ohnmächtig, unter der Brust, ich fühle meine Hände zu und weg, auf dem Kopf, all den Stress. Stift durchzuschneiden, man kann zu den Augen drehen, der restliche Stress, die Seite des Augen, das wäre, wenn er loslässt, unter dem Mund, der restliche Stress, unter dem Mund, ich mache viele Möglichkeiten, den jetzt loszulassen. Stift durchzuschneiden, unter dem Mund, der restliche Stress, Schlüssel zu tun, ich wähle tiefes Atmen, unter dem Mund, der restliche Stress, unter der Brust, das wäre, wenn er loslässt, auf dem Kopf, ich wähle den Stress jetzt loszulassen, in der Mitte ziehen und vertrauensvoll vorwärts gehen. mit Moritz. Ich hätte es nicht so fast, ich hätte ihn, ich hätte. Ich hätte es nicht so fast, ich wünsche mir den Hyde. Ich hätte es nicht so fast, ich würde es nicht so fast. Ich würde mich so fast, ich sehe. Untertitelung des ZDF, 2020